Herzlich willkommen zu unserem neuesten Video. Heute entführen wir dich auf eine spannende Entdeckungsreise zu den schönsten ADAC-Superplätzen mit tollen Mietunterkommen. Wir haben dir natürlich die Links für alle Campingplätze in der Beschreibung hinterlegt, damit du direkt buchen kannst. Unser erstes Juwel ist das Ieshevats Premium Camping Ressort direkt am kristallklaren Meer von Krieg, Kroatien. Hier vereinen sich moderne Mobilheime mit atemberaubender Natur. Ein Paradies für Wassersportler und Sonnenanbieter. Scanne ganz einfach den QR-Code, um auf das Profil des Campingtatzes zu gelangen. Weiter geht's nach Kroatien, zum Camping Stobrec, Split. Eingebettet zwischen zwei bezaubernden Stränden und einem malerischen Fluss bietet dieser Campingplatz eine perfekte Mischung aus Kultur und Entspannung. Ideal für diejenigen, die Split erkunden und in der Natur entspannen möchten. Jetzt zu etwas Magischem, dem Cupfun des Pockjes Camping in den Niederlanden. Ein Traum für Familien, wo jedes Detail auf Kinder ausgerichtet ist. Von zauberhaften Spielplätzen bis hin zu zauberhaften Wasserparks. Ein märchenhaftes Erlebnis. In den Niederlanden bleiben wir und besuchen den Adeur Camping der Heide Seebossen. Ein Waldparadies, das mit seinen umfangreichen Freizeitangeboten von Schwimmbädern bis hin zu Abenteuerspielplätzen besonders bei aktiven Familien beliebt ist. Genre auch hier wieder den QR-Code, um direkt zum Campingplatz-Profil zu gelangen. Am Ufer des Mittelmeers in Spanien finden wir das Camping Kiko Park. Dieser Platz verzaubert mit direkten Strandzugang und luxuriösen Mobilheimen. Ein Highlight für Sonnenanbeter und Liebhaber der spanischen Küche. Unser nächster Stopp ist das Domaine de Yeu Camping Ressort und Spa in Frankreich. Ein Weingut und Campingplatz in einen. Perfekt für Genießer und Familien. Mit seinem Wasserpark und den Weinverkostungen bietet es Spaß und Entspannung für alle. Zum Abschluss besuchen wir Le Jardin de la Pascalinette in Frankreich. Einen grünen Rückzugsort mit einem der größten Wasserparks der Region. Umgeben von Weinbergen und mit einer Vielzahl an Aktivitäten ist es der ideale Ort für einen unvergesslichen Familienurlaub. Ich scanne auch hier wieder den QR-Code, um direkt zum Campingplatzprofil zu gelangen. Das war unsere Tour durch Europas schönste ADAC-Superplätze mit Mietunterkünften. Welchen Platz würdest du für deinen nächsten Campingurlaub wählen? Lass es uns in den Kommentaren wissen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.